Hallo, in diesem Video geht es um das logistische Wachstum und die Weltbevölkerung. Gut, also die verschiedenen Wachstumsarten haben wir ja in anderen Videos mathematisch betrachtet, also die Differenzialgleichung aufgestellt und gelöst. Aber hier machen wir etwas ganz anderes. Wir wollen mal erklären, was das Ganze anschaulich bedeutet und zwar am Beispiel der Weltbevölkerung. Ja, man kann es ja immer wieder in der Zeitung lesen und zwar die Weltbevölkerung wächst exponentiell, hier nach dieser blauen Kurve. Ja, das ist exponentielles Wachstum, das heißt diese Kurve, die wird immer steiler. Es geht immer steiler hier berghoch. Ja, und da bekommen dann viele Menschen Angst, die sagen sich, wer soll denn diese exponentiell ansteigende Zahl von Menschen ernähren? Es ist doch nicht genug Nahrung für alle Menschen da, wenn diese Anzahl immer weiter ansteigt. Ja, da gibt es dann Menschen, die beruhigen diese ängstlichen Menschen, die sagen, dieses Wachstum ist gar nicht exponentiell, sondern logistisch. Ja, haben wir auch durchgenommen, logistisches Wachstum. Und zwar steigt zunächst einmal hier die Weltbevölkerung, aber sie stabilisiert sich dann irgendwo bei zehn Milliarden. Ja, die nimmt dann also nicht mehr zu, die Weltbevölkerung. Ja, was ist jetzt richtig? Ja, richtig ist der rote Graf. Wir haben also ein logistisches Wachstum. Man kann das ja mal erklären anhand eines Beispiels mit Ratten. Nehmen wir mal an, du hast ein Tiergehege oder einen großen Raum, vielleicht so groß wie ein Wohnzimmer oder zweimal so groß. Ja, und da hast du also zwei Ratten. So, jetzt machst du folgendes. Du führst diesen Rattenpaar jeden Tag zwei Kilo Fleisch zu. Ja, also du nimmst jeden Tag so ein großes Stück Fleisch und legst das einfach in den Raum rein. Ja, du führst also eine gewisse Menge von Nahrungsmitteln jeden Tag zu. Immer die gleiche Menge, zwei Kilo. Ja, dann freuen sich die Ratten und die vermehren sich hier und werden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Aber warum steigt die Anzahl der Ratten nicht unbegrenzt? Ja, weil irgendwann die Nahrung knapp wird. Wir haben ja gesagt, jeden Tag führst du den Ratten zwei Kilo Fleisch zu. Ja, und mit zwei Kilo Fleisch kannst du so und so viel Ratten ernähren. Vielleicht sage ich mal 100 Ratten oder so. Aber dann ist Schluss. Mehr kannst du nicht ernähren. Ja, und dann verhungert entweder ein Teil oder die beißen sich tot, weil sie das Fleisch von den anderen wegnehmen wollen oder die fressen sich untereinander auf. Ja, da kann also alles Mögliche passieren. Aber eins ist gesichert. Irgendwo ist eine Grenze. Die Anzahl kann nicht weiter wachsen, weil die Ressourcen, in diesem Fall das Fleisch, begrenzt sind. Ja, und mit der Weltbevölkerung ist es genauso wie bei den Ratten. Du hast auf der Erde nur eine begrenzte Fläche zur Verfügung, um Lebensmittel anzubauen. Ja, und deshalb kannst du nur eine gewisse Menge ernähren. Sage ich mal so 10 Milliarden. Ja, das wäre dann hier. So, und alles, was darüber hinausgeht, kannst du nicht mehr ernähren. Na gut, du kannst noch den Regenwald abholzen. Ja, aber das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Einerseits kommen diese Leute her und sagen, wir müssen Bäume anpflanzen, weil die CO2 aufnehmen. Ja, aber andererseits müssen wir die Bäume wieder abholzen, damit wir genug zu essen haben. Ja, und da sieht man schon, diese ganze CO2-Geschichte, dieses klimaneutrale Reisen, ist natürlich der größte Blödsinn, den es gibt. Ja, weil du kannst ja nicht einerseits Bäume anpflanzen, damit die CO2 speichern und gleichzeitig aber abholzen, weil du die Fläche für den Ackerbau benötigst. Denn die Weltbevölkerung steigt. Die steigt immer noch sehr steil an. Gut, aber kommen wir zum Thema zurück. Also die Medien, die beruhigen die Menschen und sagen dann, wir haben hier ein logistisches Wachstum und die Weltbevölkerung wird sich stabilisieren. Ja, das hört sich wunderbar an. Die Weltbevölkerung stabilisiert sich. Ja, aber was sie euch nicht sagen ist, auf welche Art und Weise stabilisiert sich denn die Weltbevölkerung? Ja, genauso wie bei den Ratten durch Kampf. Ungefähr hier werden die Ressourcen knapp und dann beginnt der Kampf. Ja, der Kampf beginnt oft mit Auswanderung. Zum Beispiel hatten die Engländer vor 200 bis 300 Jahren eine starke Überbevölkerung und dann sind sie ausgewandert nach Nordamerika, haben die dortige Bevölkerung, also die Indianer liquidiert und haben dann eben ihr Land in Besitz genommen. Ja, das Land der Indianer. Und dadurch hatten sie wieder genug Ressourcen und konnten sich weiter vermehren. Ja, die Indianer wurden allerdings nicht sofort ausgerottet, sondern erst mal hat man mit denen eine Multikultur gemacht und die Indianer waren auch begeistert von den ganzen Facharbeitern, die ins Land gekommen sind. Die konnten ja zum Beispiel Gewehre herstellen oder Kanonen. Sowas hatten die Indianer nicht. Die hatten ja nur Pfeil und Bogen. Ja, aber die Facharbeiter, die da ins Land gekommen sind, haben dann ihre Kenntnisse benutzt, um die Indianer auszurotten. Und die hatten auch ganz lustige Tricks. Zum Beispiel haben sie den Indianern Decken geschenkt, aber die Decken waren mit Pocken verseucht. Ja, das waren die Decken von Pockenkranken. Ja, und da sind dann viele Indianer gestorben. Oder die haben denen gesagt, wir sorgen für euch, ihr müsst euch bloß in gewisse Gebiete zurückziehen. Das sind die sogenannten Reservate. Und als sie in den Reservaten waren, haben sie die Indianer von der Nahrungsmittelversorgung abgeschnitten. Und die Frauen und Kinder sind dann zu Millionen verhungert. Ja, also der Kampf beginnt meistens erstmal mit Einwanderung bzw. Auswanderung. Man quartiert sich in einen anderen Volk ein und mit der Zeit wird diese Würzgesellschaft, so nenne ich die mal, die wird dann ausgerottet. Ja, was man auch machen kann, ist die Bevölkerung durch Krieg dezimieren. Also wenn nicht mehr genug zu essen da ist, dann ziehen die Leute freiwillig in den Krieg. Mein Vater hat mir das erzählt, der hat ja damals gelebt zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und die jungen Leute, die hatten einfach alle Hunger. Es war einfach nicht genug zu essen da. Ja, und beim Militär, da hat man wieder was zu essen bekommen und deshalb haben sich damals ganz viele Leute freiwillig zur Wehrmacht gemeldet. Nicht, weil sie Lust hatten, jemanden umzubringen, sondern es war einfach der Hunger. Ja, und die Franzosen und die Deutschen, die haben sich ja auch viermal gegenseitig angegriffen und dabei sind dann eben Millionen Menschen umgekommen. Ja, und sowas ähnliches, was die Indianer erlebt haben, das erleben wir jetzt auch. Es gibt im Süden und im Osten Gebiete, da zeugen die Menschen sehr viele Kinder, teilweise aus religiösen Gründen, teilweise aber einfach nur, weil es dort keine Sozialsysteme gibt, also keine Rente. Wenn ich keine Rente habe, dann muss ich möglichst viele Kinder zeugen. Ja, weil vielleicht ist da einer bei, der Arbeit hat und der kann mich dann im Alter ernähren. Und das ist das Problem, solange es keine Rentenversicherung gibt, zeugen die Leute zehn Kinder, um im Alter nicht zu verhungern und dadurch wächst die Überbevölkerung. Das heißt, für jemanden, der zehn Kinder zeugt, ist das erstmal eine Lösung, aber die ganze Gesellschaft, die geht daran kaputt. Dann hat man eine Überbevölkerung. Ja gut, also das sind die Gründe, aber ist ja auch ganz egal. Auf jeden Fall kommen die dann alle zu uns. Deshalb haben wir diese Einwanderungsbewegung, weil es in diesen Ländern Probleme gibt, die einfach nicht gelöst werden. Einerseits das Problem mit der Religion, andererseits die fehlende Sozialversicherung. Ja und diese Minderheiten werden mit der Zeit natürlich auch, ja ich will jetzt nicht sagen frecher, aber sie melden ihre Ansprüche stärker an. Zum Beispiel gibt es da eine Frau Kahane und die sagt, der Osten ist zu weiß. Ja, also die einheimische Bevölkerung soll zurückgedrängt werden, soll selber zur Minderheit werden. Und das ist dann der Grund, dass es in Ostdeutschland 35 Prozent AfD-Wähler gibt. Weil wenn ich die so provoziere, ist natürlich klar, dass ich dann eine Antwort erhalte. Ja, an dieser Stelle hier beginnen dann auch die Kriege. Ein typisches Beispiel ist der Kampf in Afrika zwischen Hutus und Tutsis. Die Kirchen haben da also Millionen an Spendengeldern versenkt und haben die Landwirtschaft gefördert und so weiter und so weiter. Und dann ist die Bevölkerung immer weiter angestiegen und irgendwann reichte die Förderung nicht mehr. Die hatten die totale Überbevölkerung. Ja und dann haben sich eben eine Million gegenseitig umgebracht. Ja oder Iran und Irak. Da gab es ja auch diesen Krieg. Teilweise noch mit Giftgas, was wir geliefert haben. Die hatten eine riesige Überbevölkerung und die haben sich dann auch in einer Größenordnung von Millionen, Millionen Toten gegenseitig dezimiert. Ja und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass die Menschen einfach verhungern. Aber das ist eher selten. Ja, denn bevor der Hunger kommt, da merke ich, ich habe nichts mehr, um mein Essen zu bezahlen. Also mache ich folgendes. Ich melde mich in irgendeine Söldnertruppe. Ob das jetzt die Fremdenlegion ist oder hier bei Wagner. Ja, ganz egal. Ich mache irgendwo bei irgendeinem Krieg mit. Ja oder zum Beispiel, wenn kein Krieg möglich ist. In Mexiko ist ja kein Krieg möglich, denn die Mexikaner haben nicht genug Waffen, um jetzt die Amerikaner zu besiegen, also die USA. Ja, dann gehe ich eben zur Mafia und dann führe ich einen Drogenkrieg. Ja oder einen Krieg um Frauen als Zuhälter. Das sieht man also sehr oft, dass Länder bevölkerungsreich sind, weil sie katholisch sind. Bestes Beispiel, wie gesagt, Mexiko. Früher war es Italien. Ja, also alles katholische Länder. Demzufolge hatten sie ganz viele Kinder. Ja und weil sie viele Kinder hatten, ist die Kriminalität angestiegen. Die Leute sind zur Mafia gegangen und deshalb sind die katholischen Staaten immer Mafia-Staaten gewesen. Wie gesagt, früher war es Italien, heute ist es Mexiko. Heute hat sich das geändert. Die Italiener bekommen ja zu wenig Kinder. Ja, aber früher haben die alle acht Bambinos gehabt und dann hatten die nichts zu essen. Ja, da hat man eben bei der Mafia mitgemacht. Ja, da wurde man eben kriminell. Ja, man sieht diese Überbevölkerung aber nicht nur in Afrika, sondern auch im Ruhrgebiet, bei den Clans. Ja, jeder Clan versucht so viele Kinder wie möglich in die Welt zu setzen. Ist ja auch klar, man möchte ja gegen die anderen Clans kämpfen. Ja, dazu braucht man Krieger, also Leute, die kämpfen und deshalb muss man viele Kinder zeugen. Ja, das ist also praktisch das, was im Großen abläuft zwischen zwei Staaten. Das läuft im Ruhrgebiet zwischen den verschiedenen Clans ab. Aber kann man hier nichts gegen machen? Gibt es da nicht irgendwas gegen? Ja, da gibt es eine wunderbare Erfindung und die nennt sich Grenzzaun. Grenzzaun habt ihr vielleicht schon mal gehört. Den gibt es noch in Ungarn. Also da, wo das Land zu Ende ist, da steht ein Zaun und da sind Männer mit Gewehren und die sagen, hier darf keiner durch. Das ist eine Grenze. Ja, also die Generation, die jetzt lebt, die Generation blöd, die hat sich ja von diesem Konzept verabschiedet. Die sagt, wir brauchen keine Grenzen. Grenzen sind doof. Die begrenzen alles und deshalb haben wir heute keine Grenzen mehr. Ja, und deshalb ist es so, wenn irgendwo auf der Welt ein Problem ist, dann hast du dieses Problem auch in Deutschland. Das heißt, du wirst niemals hier eine intakte Gesellschaft und Wohlstand erreichen, wenn du dir gleichzeitig sämtliche Probleme von anderen Ländern importierst. Ja, der Peter Scholler-Tour, das war ein berühmter Auslandskorrespondent im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der hat das mal schön in einen Satz zusammengefasst. Und zwar hat er gesagt, wer halb Kalkutta aufnimmt, der rettet nicht Kalkutta, sondern der wird selbst zu Kalkutta. Ja, was bedeutet das jetzt? Also am besten erkläre ich das mal an dem Beispiel Mexiko und USA. Die Mexikaner, die haben ein Problem, nämlich eine Überbevölkerung und weil die dann nicht genug zu essen haben, wären viele Leute in Mexiko kriminell. Ja, die gehen dann zur Mafia. Die haben ganz schlimme Zustände, zum Beispiel müssen da sogar Lehrer Schutzgelder bezahlen. Schutzgelder an die Mafia, wenn du Lehrer bist. Und wenn du nicht zahlst, dann kommen die auf den Pausenhof und erschießen einfach das Lehrerkollegium. Ist schon passiert. Die haben die Lehrer auf dem Schulhof abgeknallt, weil sie kein Schutzgeld bezahlen. Ja, in den USA ist das nicht möglich, denn die haben ja liberale Waffengesetze. Ja, und deshalb sage ich immer, Waffen sind wichtig. Waffen retten Leben. Zwar wird ab und zu mal einer erschossen oder irgendein Kind geht an die Waffe vom Papa und erschießt sich aus Versehen. Das ist alles sehr traurig, aber das ist alles noch tausendmal besser, als in einem Mafia-Staat zu leben, wo die Kinder von der Mafia umgebracht werden oder von der Mafia auf den Strich geschickt werden, was die ja zu Millionen machen. Ja, also wir haben in den USA gute Zustände oder sagen wir mal bessere und in Mexiko haben wir problematische Zustände. So, jetzt passiert Folgendes. Die Leute kommen zu Millionen über die Grenze und dann hast du das Problem, was du vorher nur in ein Land hattest, hast du dann in zwei Ländern. Ja, und das Ganze nennt sich dann Weltverbesserung. Wisst ihr, das Schlimmste auf der Welt sind die Weltverbesserer, diese Gutmenschen. Vorher hast du die Probleme in ein Land, dann hast du sie plötzlich in allen Ländern, weil die gesagt haben, wir müssen diese Leute importieren. Aber du importierst niemals Menschen, sondern du importierst auch immer die Probleme, die diese Menschen haben. Ja, die Kirchen machen bei diesem Spiel natürlich auch mit, denn die Kirchen, die verdienen damit ja Geld. Obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten, denn in der Bibel steht ja drin, Gott hat den Völkern Grenzen gesetzt, auf dass sie in ihnen wohnen. Das ist eine deutliche Aussage. Da steht nichts drin von Völkerwanderung, sondern Gott hat den Völkern Grenzen gesetzt, auf dass sie in diesen Grenzen wohnen. Ja, und an einer anderen Stelle steht dann, bleibe im Lande und nähere dich redlich. Ja, das sind also die Ratschläge, die in der Bibel stehen. Da steht nichts davon, dass man Völker aufnehmen muss, die Probleme haben, um dann selber unterzugehen an den gleichen Problemen. Man kann sagen, solche Sachen wie zum Beispiel organisierte Kriminalität, also die Mafia, ist sowas wie eine Krankheit. Ja, da kannst du dich mit infizieren. Und die Grenzen sind eben dazu da, damit du nicht infiziert wirst. Gut, aber gehen wir hier nochmal zur Ressourcenknappheit. Also hier fangen die Kurven an, voneinander abzuweichen, weil die Ressourcen knapp wären. Was bedeutet das denn jetzt zum Beispiel für Deutschland? Also, die Deutschen möchten ja essen, ist ja klar. Ja, aber andererseits möchten die Deutschen auch kein CO2 produzieren. Das heißt, du müsstest eigentlich die landwirtschaftliche Fläche, die sowieso in Deutschland schon zu klein ist, wir müssen schon Lebensmittel importieren, weil wir nicht mehr genug erzeugen. Ja, die müssten wir jetzt auch noch opfern für Solarzellen, für Solarzellen und Windräder. Ja, und drittens wollen wir dann auch noch die Überbevölkerung der Welt aufnehmen. Also du hast nur ein Land, aber du möchtest es für drei Sachen benutzen. Das ist so, als wenn du einen Euro hast und du willst dir eine Limonade kaufen für einen Euro, eine Cola für einen Euro und ein Whisky für einen Euro. Ja, aber du hast ja nur einen Euro, du kannst ihn nur einmal ausgeben. Und genauso ist es mit dem Land. Du kannst entweder auf deinem Land Nahrungsmittel anbauen, dann hast du keinen Hunger oder du machst diese CO2-Geschichte, ja, dann hast du aber Hunger. Aber wenn du dann noch drittens versuchst, die Überbevölkerung der Welt aufzunehmen, unsere Bevölkerung wächst ja, dann hast du ein echtes Problem. Gut, also ich hatte ja schon gesagt, dass landwirtschaftliche Fläche verloren geht, wenn wir da Solarzellen aufstellen und Windräder. Ja, aber es gibt noch ein anderes Problem. Und zwar habe ich letztens mit einem Bekannten gesprochen und er hat mir gesagt, er macht jetzt aus Umweltschutzgründen alles mit dem Fahrrad. Ja, er hat dann auch sein Lastenfahrrad und er lässt dann das Auto stehen und fährt dann mit dem Lastenfahrrad zum Aldi. Und er ist auch ganz begeistert. Er sagt, er kann jetzt doppelt so viel essen, weil er nimmt nicht zu, weil er sich so viel bewegt. Da sagt er, ist doch eine super Sache, da kann ich jetzt doppelt so viel essen. Ja, ich sage super. Ja, wenn das alle machen würden und wir essen alle doppelt so viel, da müsste Deutschland zweimal so groß sein. Ja, da wusste er dann keine Antwort mehr. Ja, wissen das alles unsere Politiker nicht? Doch, aber unsere Politiker arbeiten ja für die Hochfinanz und die Hochfinanz, die verdient immer am Mangel, zum Beispiel am Nahrungsmittelmangel. Ja, deshalb hat zum Beispiel der Bill Gates ganz viel Land aufgekauft und zwar weltweit. Er ist nicht nur der größte Landbesitzer in den USA, sondern der ist auch in die Türkei gereist und in viele andere Länder und hat da Land aufgekauft. Ja, warum? Ja, weil diese Ressourcenknappheit vorhersehbar ist und die wird ja auch noch gesteigert durch diese Energiewende und wenn die Leute nichts zu essen haben, dann geben sie ihren letzten Pfennig für Essen aus. Ja, und müssen dann bei Bill Gates die Lebensmittel kaufen. Und dann hat er mal wieder das Geschäft seines Lebens gemacht. Erst mit der Software, wo er praktisch ein Kartell drauf hat, danach mit der Impfung und jetzt mit den Lebensmitteln. Und die Politiker machen natürlich mit, weil die sind alle korrupt. Die sind alle geschmiert. Also nicht durch Schwarzgeldkoffer. Das hat die CDU früher gemacht. Da haben sie da Schwarzgeldkoffer gefunden. Ja, aber das machen die heute viel geschickter über Posten. Gut, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwas gegen alternative Energien habe. Also zum Beispiel sowas wie Pelletheizung oder so. Ja, aber das muss auch alles zu dem Land passen. Das ist ein Unterschied, ob ich in Deutschland wohne und eine sehr geringe Waldfläche habe oder ob ich in Kanada wohne. Das sieht da anders aus. Ja, dieser Trick ist übrigens schon so alt wie die Bibel. Und der wird da auch beschrieben. Und zwar in der Geschichte von den sieben guten und den sieben schlechten Jahren. Habt ihr wahrscheinlich im Religionsunterricht durchgenommen. Die Geschichte von den sieben guten und schlechten Jahren in Ägypten. Und durch diesen Trick hat es dann der Pharao geschafft, an das ganze Land Ägypten zu kommen. Der war früher nur Pharao, aber das Land gehörte verschiedenen Fürsten. Und danach gehörte das ganze Land Ägypten den Pharao. Ja, und das gleiche läuft jetzt gerade in Holland. Da sollen die Bauern enteignet werden. Habt ihr wahrscheinlich in den Nachrichten gehört, der Bauernaufstand in Holland. Ja, und das ist der Hintergrund. Die sollen alle enteignet werden. Und das Land geht dann an die Hochfinanz. Und die Hochfinanz kann dann mit dieser Mangelwirtschaft Geld verdienen. Das heißt, ihr werdet hungern. Und die Hochfinanz, die wird dann alles besitzen. Ja, und das konnte man auch schon auf der Internetseite des Weltwirtschaftsforums nachlesen. Da hat eine dänische Politikerin, die zum Weltwirtschaftsforum gehört, gesagt, ihr werdet nichts mehr besitzen und ihr werdet glücklich sein. Ja, also die wollen die totale Enteignung. So, jetzt werden manche Leute sagen, also als wir hier ganz am Anfang waren, als die Welt noch ganz leer war. Ja, warum gab es denn da schon Kriege? Ja, da gab es auch schon Armut und da gab es auch schon Hunger. Denn es gab ja damals zum Beispiel keine Pflanzenschutzmittel, also Unkrautvernichter. Es gab vor allen Dingen auch keine Düngemittel. Ja, die Ernte war also viel kleiner. Und ein Traktor gab es auch nicht. Da ist man noch, mit den Ochsen hat man noch geflügt. Ja, da hat man natürlich nur einen Bruchteil der Lebensmittel erzeugen können, die wir heute erzeugen. Heute ist das ja alles maschinell. Mit einem Trecker mit GPS und so weiter und so weiter. Gut, jetzt sagen ja viele Leute, die AfD hat so gute Ergebnisse. 22 Prozent im Augenblick deutschlandweit und in Ostdeutschland sind sie schon in den meisten Bundesländern die stärkste Partei. Ja, aber ich gucke nicht auf die Wahlergebnisse, sondern ich gucke auf die Kinderzahl. Die Kinderzahl ist immer noch bei 1,0. Gut, um jetzt die Kinderzahl wieder hochzubekommen. Da müsste man wirklich die Hochfinanz enteignen. Ja, also Leute, die zum Beispiel 300 Milliarden auf dem Konto haben. 300 Milliarden. Ja, den könnte man 10 Millionen lassen und die könnten ja dann immer noch den ganzen Tag Porsche fahren. Ja, aber der Rest wird dann ausgegeben für Kinder. Ja, dann könnte ein Volk überleben. Ja, und so ähnlich wird das auch in Umgang gemacht. Die fördern also Kinder finanziell. Ja, aber das wird nicht kommen. Denn bevor das passiert, also erstmal kommt ihr an die Leute nicht dran, denn die sitzen in den USA. Ja, da habt ihr ja gar keinen Zugriff auf dieses Geld. Und selbst wenn man das versuchen würde, dann könnten die einen Bürgerkrieg auslösen. Denn die haben ja auch das Militär unter sich und die Polizei. Ja, das heißt, es wird sich überhaupt keine Regelung ergeben, sondern entweder geht ihr unter. Die Deutschen, die gehen unter. Oder es kommt zum großen Kampf. Ja, aber eine positive Zukunftsaussichten kann ich euch nicht geben. Sehe ich nicht so. Das spricht die Mathematik dagegen. Nicht nur hier diese einfache Mathematik, auch wenn man das spieltheoretisch betrachtet. Die Spieltheorie ist auch so ein Teilgebiet der Mathematik. Da geht es auch darum, welche Entscheidungen werden getroffen. Gut, aber wenn du jung bist und unbedingt die Welt verbessern möchtest, dann mache ich dir einen Vorschlag. Fang doch bei deinem eigenen Volk an. Ja, anstatt jetzt andere Völker zu importieren, versuch mal einfach hier zum Beispiel gegen die Prostitution zu kämpfen. Prostitution ist menschenverachten. Die meisten Frauen, die das machen, sind Zwangsprostituierte und viele von denen sind minderjährig. Ja, das ist ein vernünftiger Kampf, um die Welt zu verbessern. Denn das ist einer der größten Übel auf der Welt. Ja, aber stattdessen macht ihr genau das Gegenteil. Die Drogentoten und die Zwangsprostituierten, die werden immer mehr, durch eure Wahnvorstellung von diesen offenen Grenzen. Gut, aber jetzt sind wir hier so ein bisschen vom Thema abgekommen. Jetzt sind wir schon fast politisch. Wir wollten die ganze Sache ja wissenschaftlich und mathematisch betrachten. Und da kann man also festhalten, die Weltbevölkerung stabilisiert sich wirklich, irgendwann in 30 Jahren vielleicht oder so. Ja, denn wir haben ein logistisches Wachstum. Aber man muss immer im Hinterkopf behalten, die Weltbevölkerung stabilisiert sich, aber durch Mord und Totschlag. Durch Mord und Totschlag wird sich die Weltbevölkerung stabilisieren. Das wird also nicht friedlich verlaufen. Ja, man kann das auch bei Mäusen und bei Ratten sehen. An dieser Stelle hier, wenn die Ressourcen knapp werden und wenn zu viele Ratten in einem Käfig sind, dann fangen die Ratten an, sich gegenseitig tot zu beißen. Ja, da sind einfach zu viele Ratten auf kleiner Fläche konzentriert. Ja, und genauso ist es auch bei den Menschen. Wenn du zu viele Menschen hast, zum Beispiel in den Großstädten, da herrscht viel mehr Gewalt als auf dem Land. Denn auf dem Land, da hast du auch noch eine soziale Kontrolle. Die hast du ja in der Stadt nicht mehr. Gut, am Ende möchte ich euch noch erklären, wie dumm unsere Zuwanderungspolitik ist. Und zwar anhand von zwei Beispielen. Also, ich habe viele Leute kennengelernt, die haben gesagt, ja, wir können noch Menschen aufnehmen. Ja, natürlich ist oben irgendwo eine Obergrenze, aber im Augenblick können wir noch Menschen aufnehmen. Gut, ich frage dann immer, wo ist denn deine Obergrenze? Noch eine Million, noch zwei, noch vier. Ja, und meistens sagen die dann irgendeine Zahl oder zucken mit den Schultern. Also nehmen wir mal an, die Obergrenze sind vier Millionen. Wir nehmen noch vier Millionen auf. So, jetzt hast du vier Millionen aufgenommen und jetzt möchten die vier Millionen aber auch ihre Familien nachholen. Das wären dann nochmal so 16 Millionen. Ja, möchtest du jetzt vier Millionen Menschen sagen, dass sie kein Recht haben, ihre Familie nachzuholen? Bei vier Millionen, da kann ich nur sagen, viel Spaß, mach das mal. Dann hast du vier Millionen Menschen, die dich hassen. Das heißt, sobald du Humanität zeigst und welche aufnimmst, ja, musst du auch automatisch irgendwo eine Grenze ziehen. Und in dem Augenblick, wo du die Grenze ziehst, hast du ganz viele Menschen gegen dich. Weil, ihr müsst ja mal eins überlegen. Nehmen wir mal an, ein junger Mann kommt hier hin und er ist verheiratet und du erlaubst nicht den Familiennachzug. Das heißt, er wird seine Familie nie wiedersehen. Ja, also wird er doch kämpfen, kämpfen gegen Deutschland. Nehmen wir das nächste Beispiel. Einer wird straffällig und soll abgeschoben werden. Zum Beispiel wegen schweren Raubes oder Vergewaltigung oder irgend so was. Ja, der soll also abgeschoben werden. So, jetzt ist aber seine Familie hier, sage ich mal die Eltern oder die Ehefrau. Ja, nehmen wir mal an die Eltern. Ja, dann wird er abgeschoben nach, weiß ich nicht, Pakistan oder Afghanistan und er wird nie wieder das Geld zusammen bekommen, um hier nach Deutschland zu kommen. Das heißt, er wird seine eigenen Eltern nie wieder sehen. Ja, und dann hast du eine ganze Familie, die dich hassen wird. Die wird dich hassen, weil du diesen Mann abgeschoben hast. Das ist ja einer von ihrer Familie. Ja, und da sieht man, sobald man anfängt, human zu sein, da schafft man Hass und Konflikte in der Gesellschaft. Man bewirkt also genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich bewirken möchte. Gut, wir sehen, die ganze Politik ist nicht durchdacht. Die besteht zum großen Teil aus Wahnvorstellungen. Ja, und die Medien fördern noch diese Wahnvorstellung. Und das führt dann zu Konflikten ohne Ende. Ja, aber wir sind jetzt am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.